willkommen zurück zu diesem video wo ich mal eine frage versuche zu beantworten die uns relativ häufig gestellt wird nämlich ist ableton live die richtige musiksoftware für mich diese frage ist natürlich nicht ganz einfach mit ja oder nein zu beantworten weil es kommt ja auf dich und deine vorstellung an was du mit der musik machen willst aber einen einen punkt möchte ich gleich zu beginn ausräumen und zwar vielleicht weißt du es ja ich bin vom beruf tontechniker ich habe das mal gelernt ausbildungsberuf und ist auch schon ein paar jahre her ungefähr 20 und ich komme noch aus einer zeit wo fleißig darüber diskutiert wurde ob die eine musiksoftware vielleicht besser klingt als die andere also dass es wirklich einen klanglichen unterschied machen würde am ende des tages aber ganz ehrlich diese diskussion braucht man in der heutigen zeit nicht mehr zu führen weil völlig egal ob ableton oder fruity loops oder bitwig oder cubase oder logic oder you name it die klingen erstmal alle super technisch ist das alles einwandfrei ja das ist also nicht das kriterium anhand dessen du dich entscheiden kannst für oder gegen ableton und dann stellt sich die frage was ist denn das kriterium also ich will dir mal was sagen diese ganzen musiksoftware sind technisch im prinzip sehr sehr ausgereift und deswegen ist meine persönliche meinung dass es vor allen dingen darauf ankommt in welchem genre in welcher musikrichtung du aktiv werden willst weil die softwares unterscheiden sich definitiv anhand ihrer communities also welche menschen benutzen denn ableton und welche benutzen vielleicht eher cubase und jetzt ist es eben so die macher von ableton live die vor 20 jahren diese software rausgebracht haben hatten definitiv elektronische musik im hinterkopf wahrscheinlich sogar elektronische tanzmusik das heißt also wenn du dich in den bereichen techno trance house drum and bass und was es da noch alles gibt auch übrigens die ruhigeren sachen wie zum beispiel ambient oder downtempo oder psy down tempo oder chill out also in diesen ganzen elektronischen musikrichtungen wenn du dich da aufhältst dann ist ableton live nicht einfach nur von den workflows her schon allein super für dich geeignet sondern zusätzlich wirst du ganz viele andere menschen kennenlernen wenn du dich auf die suche nach gleichgesinnten begibst die ebenfalls elektronische musik im kopf haben und sich deswegen gezielt ableton live zugewendet haben und jetzt kann man natürlich sagen okay aber für elektronische tanzmusik oder für elektronische musik gibt es ja auch andere softwares ja zum beispiel bitwig bitwig ist relativ neu ist auch von ableton produzenten also von programmieren die bei ableton programmiert haben früher erdacht worden hat natürlich auch den vorteil ist eine viel jüngere software hat nicht so eine lange historie ist auch eine gute software aber persönlich würde ich dir dennoch dringend zu ableton empfehlen und zwar gar nicht aus technischen gründen sondern einfach wegen der viel viel größeren weltweiten community von ableton also wenn du auf ein festival gehst für elektronische musik ich gehe zum beispiel aufs fusion festival da nutzen alle ableton die irgendwas live machen oder halt eine dj software wenn sie auflegen nicht aber ja das hat sich einfach durchgesetzt die gesamte elektroszene es ist extrem auf ableton live gepolt und das jetzt nicht erst seit ein paar monaten oder ein paar jahren sondern seit mittlerweile 20 jahren geht das so dadurch ist die software natürlich auch extrem ausgereift und gerade jetzt auch mit dem update auf ableton live 11 haben die auch noch mal wirklich bodengut gemacht weil in ableton live 11 sind ganz viele moderne funktionen dazu gekommen die es in anderen softwares schon lange zeit gibt und da hat man immer so ein bisschen gesagt ableton ist zwar super gut aber da fehlt dieses jenes welches aber die zeiten sind jetzt auch vorbei mit ableton live help fruity loops wäre auch noch so ein thema fruity loops ist auch keine schlechte software wendet sich aber doch stärker an den einsteiger also viele sagen fruity loops werde ich irgendwie schneller mit warm oder habe ich bin ich schneller mit klar gekommen ist auch logisch weil es viel viel anfänger freundlicher und hat dann aber nach hinten raus das problem dass es halt nicht den hundertprozentigen funktionsumfang und die hundertprozentige flexibilität die bietet wie zum beispiel ableton live und natürlich auch eine andere community von anderen menschen ja das ist eigentlich mein statement wenn du im bereich elektronische musik unterwegs bist techno trance house dann kann ich dich nur herzlich einladen nutze ableton live und wenn du jetzt vielleicht aber zum beispiel sagst du machst gitarre schlagzeug bass ja dann kann ich dir das nicht so richtig ans herz legen es funktioniert du kannst natürlich gitarre schlagzeug bass band aufnahmen mit ableton live machen keine frage aber da bist du wahrscheinlich auch von der community und auch von den workflows her zum beispiel bei cubase besser aufgehoben ja und eine besonderheit von ableton die möchte ich dir gerade noch mal zeigen die älteren zuschauer kennen das schon und zwar schau mal das ist die sogenannte arrangement ansicht da haben wir es also mit so einer klassischen zeitleiste zu tun und das ganze findet von links nach rechts statt so wie auch bei einem videoschnittprogramm beispielsweise oder wie auch in jeder anderen musiksoftware und das besondere an ableton ist es gibt eine zweite ansicht das ist die arrangement view ich drücke gerade mal die tabulator taste um zu wechseln das gesehen ist ja hin und her gesprungen und hier siehst du ist es aufgebaut wie eine tabelle man hat hier so einzelne clips in so einzelnen spalten die kann man bewegen und das ist natürlich deswegen cool gerade für elektronische musik weil wir hier eine sehr flexible jam session situation uns arrangieren können wir können buchstäblich mit uns selber eine jam session machen und diese einzelnen elemente beziehungsweise clips die du hier siehst die kannst du auch steuern mit einem midi controller zum beispiel mit der ableton push oder mit einem launchpad oder mit einer archive mpc oder sowas da hast du dann buttons die genau die einzelnen clips hier in dieser ich nenne es jetzt mal tabelle auch wenn es nicht der richtige fachbegriff ist aber das erklärt es glaube ich ganz gut also da hast du dann die möglichkeit die clips per druck mit einem finger auf den controller auf den button zu starten und das coole ist auch die farbliche unterscheidung hier wird von den buttons wiedergegeben bei den neuen kontrollern die können nämlich rgb farben und dementsprechend können die genau dieselben farben darstellen wie hier der computer bildschirm das ist mega cool und erlaubt dir wie gesagt flexibel zu jam und ideen zu sammeln um daraus dann dein eigentlichen track dein eigentliches arrangement zu entwickeln also ein sehr sehr spielerischer umgang der gerade für uns in der elektronischen musik mega hilfreich ist ganz ehrlich das feature ist so gut dass ein amerikanisches unternehmen namens apple das ganze jetzt quasi mit dem letzten großen logic update für die software logic ja geklaut hat könnte man sagen oder wenn man es feiner ausdrücken will modeling of excellence aber ja dieses feature war bislang einzigartig jetzt kann logic das eben auch weil es so beliebt ist für die elektroniker ja also ich hoffe ich konnte dir so einen kleinen eindruck vermitteln was die besonderheiten und die vorzüge von ableton live sind nochmal wenn du im bereich elektron unterwegs bist techno trans house chill out irgendwas in dem bereich dann ist ableton garantiert die richtige software und wenn es dir finanziell nicht weiter wehtut würde ich dir auch empfehlen kauf dir gleich die ableton live suite die ist zwar teuer aber das preis leistungsverhältnis ist super weil du halt so viel mitgeliefert bekommst an effekten und an instrumenten du würdest wahrscheinlich das drei vier oder fünffache bezahlen wenn du dir das alles einzeln von drittanbietern nachbestellen würdest wir setzen übrigens bei music tutorials alle unsere kurse immer mit der ableton live suite an und erklären das ganze anhand von bordmitteln weil viele gar nicht wissen was für ein powerhouse sie mit ableton live sich eigentlich angeschafft haben und welche möglichkeiten da drin stecken eigentlich braucht man gar nichts weiter als ableton live suite und hat eigentlich schon da mehr möglichkeiten als man selber ausschöpfen kann weil es so umfangreich ist wenn geld für dich eine rolle spielt kann ich dir aber auch guten gewissens die ableton live standard empfehlen denn die ableton live standard ist nicht limitiert du kannst so viele spuren haben wie dein computer verkraftet es ist nach oben offen aber der lieferumfang ist halt etwas reduziert im vergleich zur suite du hast nicht ganz so viele effekte du hast nicht ganz so viele instrumente wenn aber geld für dich eine rolle spielt dann hol dir guten gewissens die standard was du dann halt noch machen darfst ist dass du dir im internet zum beispiel kostenfreie plugins zusammensuchst um den eingeschränkten lieferumfang sozusagen auszugleichen natürlich kannst du dir auch kostenpflichtige plugins kaufen das geht natürlich auch ist ja ganz klar aber also wir machen es zum beispiel immer so wie gesagt wir erklären alles anhand der ableton live suite und da wir natürlich auch kursteilnehmer haben die zum beispiel die standard benutzen geben wir eigentlich zu den spezifischen kursen dazu immer als bonus training dazu ein training wo wir erklären welche kostenlosen plugins du nutzen kannst wenn du im standard user bist oder auch wenn du suite user bist und einfach mal was neues ausprobieren will möchtest genau das ist so die herangehensweise und natürlich also wenn wir jetzt über einen techno kurs sprechen wie zum beispiel den techno got dann empfehlen wir dir da speziell auch plugins die in richtung techno gut zu verwenden sind in unserem trans kurs trans trip sprechen wir da etwas andere empfehlungen aus weil für die trans musik geben andere instrumente und effekte spannender sind und bei haus ist es dann wieder genau das gleiche ja wenn dich das interessiert wenn du lust hast dann melde dich gern bei uns wir haben kurse und masterclasses da sind noch plätze frei da kannst du einsteigen wenn du möchtest ich verlinke ich verlinke dir mal im beschreibungstext unterhalb des videos eine webseite die von unserer masterclass da erkläre ich dir auch nochmal was die masterclass ist wie sie funktioniert und da hast du die möglichkeit einen bewerbungsbogen auszufüllen da fragen wir dich fragen um dich besser kennenzulernen also welches ableton benutzt du jetzt gerade welchen midi controller benutzt du jetzt gerade wie viel zeit investierst du so in die musik wie lange machst du das schon du kannst uns ein track von dir einschicken oder mehrere dass wir mal reinhorchen was du so produzierst und wenn es danach aussieht dass wir dir gut weiterhelfen können in deiner musikalischen weiterentwicklung oder auch im thema marketing musiker marketing dann kommen wir auf dich zu und wir können uns einfach mal unterhalten und kennenlernen entweder ich oder jemand aus meinem team da lade ich dich herzlich ein alle informationen dazu findest du unterhalb des videos im beschreibungstext und ja jetzt würde ich mich abschließend noch sehr freuen wenn du das video bis hierhin geguckt hast schreib doch mal deine meinung unterhalb des videos in die kommentare was spricht denn deiner meinung nach für ableton live als musiksoftware welche erfahrungen hast du gemacht was sind die vorteile von ableton live ja dann danke ich dir ganz herzlich fürs zuschauen und würde mich sehr freuen wenn du dich bei uns bewirbst und wir uns demnächst persönlich kennenlernen bis dahin wünsche ich dir eine gute zeit und vielen dank